hallo zusammen ich habe hier einen tiefkühlschrank der geht bis hier nach oben und der läuft auf 12 volt also direkt ab einer batterie das heißt wenn ich ein stromausfall habe könnte man den über die batterie weiter betreiben wir sehen jetzt hier wie hoch das ist weil das steht hier auf dem wagen er lief jetzt auf maximum hier ist ein thermometer der hat minus 27,8 grad und hier unten hat doch 27,1 grad und von hinten sieht er so aus wir haben eine b80 kompressor drin mit propan also natürlichen kältemittel und auf kundenwunsch ein zusätzlichen kondensator und ein lüfter und der kondensator hier der ist auch so komplett in funktion so kann dieses gerät auch wenn es ein freistehendes gerät ist komplett eingebaut werden sehen hier den kompressor das ist die druckleitung die kommt hier hoch geht hier in diesem kondensator ganz nach oben rauf runter rauf runter rauf runter und kommt dann hier unten an und geht hier mit dieser leitung in die rahmenheizung das heißt wir heizen damit den rahmen und dann hier so im bogen in diesen zusatz wärmetauscher in den filter und dann ein verlängertes kapillarrohr weil dieses kapillarrohr muss verlängert werden weil wir hier jetzt statt ursprünglich r600a r290 haben das hat eine andere molekular struktur ein anderes gewicht eine andere kälte zahl und andere druckverhältnis durch das muss das kapillarrohr geändert werden wir sehen hier das tippen schild das ist also 148 liter kühlschrank sonst gibt es hier hinten nicht viel zu sagen zekop kompressor bei uns standard die türe aufmachen hier ist noch der thermometer also der schrank ist sehr dick isoliert wir haben hier eine isolationsstärke von 9 cm oder 90 mm rundherum wir haben keine no frost funktion durch diese dick isolations braucht der kühlschrank sehr wenig strom und durch das können wir den auch betreiben direkt ab 12 volt wir haben dann hier solche auszüge drin jetzt noch mit verpackung wir sehen hier drin ist jedes tabler einzeln gekühlt also wir haben hier kühlrohre drin wir haben hier kühlrohre drin und durch das nehmen die wärme da auf wo sie entsteht und durch das haben wir wieder einen besseren wirkungsgrad aber dieses gerät ist ein normaler tiefkühlschrank ohne no frost funktion und ihr wisst ja wie eine no frost funktion funktioniert ihr habt oben kühler wie hinten dran so mit lamellen plus ein ventilator dieser ventilator sitzt ja dann im kühlschrank drin der lüfter zirkuliert die luft der braucht aber strom der gibt seine wärme ab strom kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden oder energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden das was der strom rauch wie dem kühlschrank drin als wärme abgegeben die muss ja zusätzlich wieder abgeführt werden irgendwann ist das element vereist es beginnt der abtaug prozess der ventilator wird abgeschaltet und dann werden elektrische heizungen in betrieb gesetzt die auch wieder strom brauchen und dann wird das element auf plus 10 grad erwärmt im tiefkühlschrank drin diese wärme muss ja wieder abgeführt werden der ablauf ist dann geheizt hinten auf dem tropfschale und so haben wir das wasser abgetaut und dann fängt die kühlmaschine wieder an zu laufen es muss zuerst das kühlelement runter kühlen was vorher aufgeheizt wurde und dann sobald wir eine temperatur in der regel so unter minus 10 grad haben fängt der lüfter wieder an zu laufen und dann kühlt es wieder bis zur nächsten abtaug und das soll dann energie sparen kommentarlos überflüssig ja das ist dieser tiefkühlschrank auf 12 volt mit 184 liter nutzvolumen die technischen daten so ist eine einzelanfertigung verlinken wir euch unten drin und sonst mache ich hier euch ein link über eine tiefkühlbox die geht runter die kann wirklich gefrieren die macht minus 35 grad mit 12 volt und ich wünsche euch einen schönen tag bis zum nächsten Mal